Die Zukunft der Arbeit ist jetzt. Es liegt am HRC zu gestalten. Die Mitarbeiter von heute sind mobil und digital. Sie wollen selbstbestimmt sein, individuell betreut werden, Antworten bekommen, umfassend und schnell. Sie erwarten eine Employee-Experience mit digitalen Services. HR ist vielfach gefordert. Homeoffice, virtuelles Onboarding, die Flut an Mitarbeiteranfragen, wie etwa das Jonglieren von Familie und Beruf. Für den Erfolg des Unternehmens spielt die HR eine zentrale Rolle. Doch als reiner Verwalter kann sie das kaum leisten. Das ändert sich mit einer modernen HR-Service-Delivery-Lösung. Von HR entwickelt für HR. Sie optimiert und automatisiert Prozesse, ermöglicht zugleich eine persönliche Ansprache und integriert andere Systeme. HR-Mitarbeiter managen alle Dokumente digital von jedem Gerät und automatisieren selbst komplexe Prozesse. Was sonst Tage dauert, dauert jetzt nur Minuten. HR stellt Mitarbeitern also einen Selbstservice zur Verfügung, der ihre gängigsten Fragen beantwortet. Damit entfällt auch das Formular-Chaos. Mitarbeiter können am Bildschirm elektronisch unterschreiben und Prozesse anzustossen. HR kommt endlich an in der Future of Work. Mit unserer Plattform geben wir HR-Mitarbeitern mehr Zeit für Strategie. Jetzt können sie bei der Entwicklung von Unternehmen eine führende Rolle spielen. HR wird zum Kulturzentrum des Unternehmens und kann sich um die kümmern, auf die es ankommt. Die Mitarbeiter.